Es ist wirklich ein süßes, süßes Auto. Und das ganze Auto ist wirklich, wirklich schön. Eine kleine Scheibe würde standen. Ich hoffe, auf den ersten Blick sieht es sehr schön aus. Schöne Proportionen, schönes Auto. Also ich finde das Auto perfekt. Mutig und ich freue mich, wenn sowas auf die Straße kommt. Schon obergeil. Eigentlich nichts verändern. Ich würde nur kaufbar machen, wenn ich der Vorstand wäre. Es ist perfekt. Ich habe zu wearen Goggles für den Wind, aber außerhalb davon, absolut nichts. Ich liebe die Farbe. Ich liebe die Farbe. I Sonson